MKB Westprem macht ernst Drastische Maßnahme im ungarischen Handball, Rekordmeister MKB Westprem ist mit der Leistung seiner Spieler unzufrieden und will ihnen deshalb das Gehalt kürzen. Der ungarische Handball-Rekordmeister MKB Westprem geht seinen Profis und Trainer Ljubo Mjewranjes ans Geld. Wegen der zuletzt schwachen Vorstellungen plant der Verein, bis zum Ende der Saison nur noch den Mindestlohn zu zahlen, das sind in Ungarn seit Anfang Januar 444 Euro und 69 Cent im Monat. Die Leistungen und die Einstellung seien in der laufenden Saison teilweise inakzeptabel gewesen. Das ist den Traditionen eines Klubs unwürdig, der mehr als 40 Jahre alt ist, hieß es in der Mitteilung auf der Homepage. Das Team von Mjewranjes, der im vergangenen Sommer von der SG Flames Bekande weit nach Ungarn gewechselt war, hatte zuletzt in der Champions League das Achtelfinal-Handspiel bei Ski und Handballt in Dänemark mit 25 Doppelpunkt 32 verloren. In der heimischen Liga legt der Klub allerdings mit nur einer Niederlage in 23 Partien auf Platz 1. Westprem will nach den kommenden Spielen entscheiden, ob die Gehaltskürzung umgesetzt wird. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.